Die Hammerschmiede, wo Rohrkräfte sinnvoll walten. Nur nicht den Finger drunter halten, wird sich mancher Besucher denken, wenn er den von einem Wasserrad angetriebenen, drei Meter langen Wellbaum und den schweren Hammer sieht. Für feinere Schlosserarbeiten ist die Anlage nicht geeignet. Bereits 1742 stand an dieser Stelle eine Schleifmühle. Sie nutzte die Wasserkraft des aufgestauten Blautops. 1804 erhielt der Huf- und Waffenschmied Abraham Friedrich die Genehmigung zur Einrichtung einer Hammerschmiede. Diese wurde über 80 Jahre lang betrieben. Als mit der Erfindung der Elektromotoren neuere Antriebstechniken zur Verfügung standen, baute man die Schmiede 1889 zu einer mechanischen Werkstatt um. Die alte Einrichtung wurde verschrottet. 1956 kam auch für die mechanische Werkstatt das Aus. Die Stadtverwaltung nutzte das Gebäude zunächst als Abstellschuppen. Anfang der 1960er Jahre gab es Bestrebungen, die alte Hammerschmiede am Plautopf wieder aufleben zu lassen. Auf der Suche nach einem original erhaltenen Hammerwerk wurde man in Bad Oberdorf im Allgäu fündig. Die Stadt Blaubeuern erwarb die dortige Hammerschmiede und versetzte sie an den Plautopf. Seither hämmert sie wieder, allerdings nur an ausgewählten Tagen und nur für Schaulustige. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.